Der Tifus-Scanner hat drei überlappende Schwachstellen unterhalb der Oberfläche ergeben. Die Detonation seismischer Sprengladungen in allen drei Bereichen würde Lava in die angrenzenden Hürden laden. Haben wir Informationen, was uns da unten erwartet? Negativ, Commander. Die Felsschichten verhindern eine genaue Bestimmung von zagten Signaturen. Vorsicht, ist angeraten. Wir brauchen allein schon für den Transport der Sprengsätze mehr Leute. In diesen Tunneln war ich schon mal. Je mehr Leute wir mitschleppen, desto riskanter wird es. Eine kleine, aber erfahrene Truppe ist mir da lieber als ein ganzes Regiment. Ich denke, ich habe die richtigen Männer für Sie. Ein paar meiner besten, alles hoch dekorierte Veteranen mit lausigen Führungszeugnissen. Genau Ihr Fall. Hört sich gut an, General. Aber für diesen Einsatz verlasse ich mich lieber auf meine eigenen Leute. Außerdem tut es denen auch gut, sich mal wieder ein bisschen zu bewegen. Einige Trupps haben nach der Landung Schutz in den Tunneln gesucht. Vielleicht finden Sie da unten also noch Verstärkung. Ich kontaktiere Sie, wenn ich weitere Sender lokalisiere. Okay, tun Sie das. Aber ich kann nichts garantieren. Das wird keine Rettungsmission. Was gibt's denn? Du kannst auf mich zählen. Präsentieren wir den Biestern doch mal eine kleine, terranische Erfindung. Die Mark-12-Durchschlagsmunition. Wie ist der Plan? Ich höre. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Ich höre. Jetzt sag schon an. Was ist los? Was gibt's denn? Ich höre. Was springt für mich dabei raus? Was gibt's denn? Sag gute Nacht. Wie ist der Plan? Finger weg. Ich bin wissenscht. Was ist los? Ich bin böser Junge. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Ich höre. Wie ist... Sei nicht so egoistisch, Jimmy. Lass mich jetzt mal meine Schreddergranaten ausprobieren. Was ist los? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Ich höre. Was ist los? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre. Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Jetzt sag schon an. Was ist los? Provozier mich nicht. Wie ist der Plan? Klingt gut. Jetzt sag schon an. Raider, was gibt's denn? Ich höre. Geben wir ihnen Saures. Du kannst auf mich zählen. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was ist los? Ich höre. Der Bewegungsmelder spielt verrückt. Hey, Swan. Willst du nicht mal deinen Turm aufbauen, bevor wir weiter vorrücken? Na klar doch, Cowboy. Bleibt einfach hinter meiner heißen Betty hier. Die wird ihnen ordentlich einheizen. Was ist los? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Was ist los? Jetzt sag schon an. Ich höre. Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Zeigen wir. Was ist los? Empfeuer Übertragung. Raider, können Sie mich hören? Ich empfange Sie, General. Was gibt's? Ein paar meiner Männer sind in ihrer Nähe eingegesselt. Helfen Sie ihnen da raus. Dann werden Sie sich ihnen anschließen. Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Ich höre. Du kannst auf mich zählen. Was ist los, Cowboy? Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Verdammt richtig. Grill-Party mit der guten alten Betty. Ich höre. Jetzt sag schon an. Du kannst auf mich zählen. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Was ist los? Jetzt sag schon an. Provozier mich nicht. Ich höre. Warum zu krabbeln? Dafür bin ich der Falsche. Swann, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast Schiss. Feige Sau. Ich wusste es. Niemand nennt mich ne... Also... Hier ist der Plan. Raiders Rocken. Was ist los? Ich höre. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Raiders Rocken. Wie ist der Plan? Hey, du Missgeburt. Jetzt sag schon an. Klickt gut. Was ist los? Raiders Rocken. Einfach nur faszinierend. Jetzt sag schon an. Zeigen wir es ihnen. Ich höre. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Ich höre. Jetzt sag schon an. Was ist los? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Was ist los? Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Was ist los? Was ist los? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was ist los? Ich höre. Jetzt sag schon an. Was ist los? Zeigen wir es ihnen. Hier ist der Swan. Ich hab die Bruchstelle mit einer Leuchtfackel markiert. Platziere dort einen von den Sprengsätzen. Wird gemacht, Cowboy. Gut. Zeigen wir es ihnen. Wir müssen den Sprengsatz so lange verteidigen, bis er scharf ist. Bleibt wachsam, Jungs. Hör mal, Highspawn. Einer von diesen Engpässen wäre die perfekte Position für die heiße Betty. Wo soll ich sie aufstellen? Raiders Rocken. Raiders Rocken. Ist das alles? Jetzt sag schon an. Du kannst doch... Ich höre an. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Verdammt richtig. Jetzt sag schon an. Ich höre. Was gibt's denn? Du kannst auf mich zählen. Ich trete euch in den Hintern. Zeit, wie ist der Plan? Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Wie ist der Plan? Geben wir ihnen Sauer. Jetzt sag schon an. Zeigen wir ihnen Sauer. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Was gibt's denn? Raiders. Zeigen wir. Ich höre. Wie ist der Plan? Raiders. Was ist los? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Ich höre. Wie ist der Plan? Ich höre. Was ist los? Zeigen wir es ihnen. Die Ladung geht gleich hoch. Macht, dass ihr da wegkommt. Gute Arbeit. Das war die erste Ladung. Wenn wir alle drei hochgejagt haben, wird die Kammer mit Lava geflutet. Ich höre. Oh wei, oh wei. Hier bringen sie wohl ihre Gefangenen hin. Ah, und verseuchen sie dann. Den Leuten hier können wir eh nicht mehr helfen. Erlösen wir sie von ihrem Elend. Passt auf, vor solcher Kapseln. Fackeln wir sie ab. Ich höre. Was ist los? Was gibt's denn? Zeigen wir jetzt, sag schon an. Mann, was gibt's denn? Was für Hackfressen. Macht sie nieder. Raiders rocken. Schließt euch uns an. Gleich gibt's Feuer und... Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Ich höre. Was ist los? Tödlich. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Ich höre. Was? Hier unten gibt's nen ganzen Haufen von diesen scheiß Viechern. Was ist los, Cowboy? Was springt für... Was ist los? Zeigen wir. Hier kommt zu spät. Wir brauchen nen guten Platz, um uns zu verschanzen. Sonst sind wir Zergfutter. Du kannst auf mich zählen. Wälzt du nur oder beißt du auch. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Was ist los? Ich höre. Was gibt's denn? Raiders rocken. Jetzt sag schon an. Ich höre. Wie ist der Plan? Du kannst auf mich zählen. Was ist los? Was gibt's denn? Zeigen wir es ihnen. Du wirst gar nichts... Jetzt sag schon an. Was ist los? Ich höre. Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Ich höre an. Was gibt's denn? Klickt gut. Was ist los? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre an. Ich höre an. Ich höre an. Wie ist sie sie? Ich denke mal der letzte Teil war... Retten sie sie. So ein Mist. Und ich dachte, wir sollen eine Runde Poker mit Ihnen spielen. Wie ist der Plan? Ein Hinterhalt. Vorsicht. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre. Basis wird angegriffen. Gut, dass ihr da seid, Jungs. Die Höhne da vorne ist voller Würmer. Da sollten wir besser aufpassen. Ah, Würmer. Na klar. Was ist los? Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Hey, Party mit der Gruppe. Was ist los? Das war jetzt der Anfang. Vorrücken ins Weyerrein. Wir müssen sie zurückdrängen. Klingt gut. Du wirst gar nichts spüren. Was ist los? Sag halt. Los, los! Wir müssen weiter, sonst überrennen sie uns. Plan. Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Zeigen wir es Ihnen. Was ist los? Raiders rocken. Ist das alles? Verdammt richtig. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Wir brauchen Rückendeckung. Da kommen noch mehr. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es Ihnen. Okay, Hobby-Stratege. Ich mach das schon. Gegen Dummheit ist kein Korn gewachsen. Wow, da kommt eine Zerklawine auf uns zu. Bingo! Wie ist der Plan? Ich trete euch in den Händen. Schön, Knusprig. Ich höre. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Was ist los? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Zeigen wir es Ihnen. Klingt gut. Ich höre. Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre. Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Raider. Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Du kannst auf mich zählen. Zerk sind so faszinierend. Ich wünschte, wir wüssten mehr über ihre Physiologie. Über die weiß ich alles. Verpass ihn, Nick Kugel. Und sie krepieren. Nun, das ist eigentlich nicht was. Schnauze, ihr zwei. Gleiche Strategie wie eben. Bildet eine Verteidigungslinie und lasst nichts und niemanden an den Sprengsatz rankommen, bis er hoch geht. Zeigen wir es Ihnen. Ich höre. Ich will. Jetzt sag schon an. Was ist los? Was gibt's denn? Ich will. Jetzt sag schon an. Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Wie ist der Plan? Hey, du Mistgeburt. Was gibt's denn? Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Ich kann's kaum noch erfahren. Ich komme hier. Ich höre an. Was ist los? Ich höre an. Raiders. Jetzt sag schon an. Gleich geht's. Feuer und Licht. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was ist los? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Ich höre an. Du kannst auf... Was ist los? Ich höre an. Raiders rocken. Zeigen wir es Ihnen. Genau zwischen. Wie ist der Plan? Schön knusprig. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Was ist los? Wie ist der Plan? Verdammt. Ein Erdbeben. Das ist kein Erdbeben. Das sind Ultralisken. Raiders rocken. Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre an. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Klingt gut. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was ist los? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Nichts wie weg hier. Noch eine Sprengladung. Dann haben wir ein schönes Nydus-Barbecue. Weiter so, Jungs. Ich höre an. Was ist los? Haben wir Gesellschaft, Jimmy? Nein. Ich empfange hier was, aber es bewegt sich nicht. Eier oder Larven vielleicht? Ich höre an. Was ist los? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wie gefällt euch das? Wie ist der Plan? Ich höre an. Was ist los? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Ich höre an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Was ist los? Wie ist der Plan? Zerg kontrolliert. Jetzt sag schon an. Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Wie ist der Plan? Schön, ich höre an. Wie ist der Plan? Ich höre an. Sag gute Nacht. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Was ist los? Was ist los? Ich höre an. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was auch immer diese Scheißeier zum Schlüpfen gebracht hat, kann sich auf eine Menge Ärger gefasst machen. Zeigen wir es. Was ist los? Jetzt sag schon an. Ich höre an. Jetzt sag schon an. Ich höre an. Was ist los? Jetzt sag schon an. Empfange. Wie ist der Plan? Riener. Ein weiterer Trupp befindet sich in der Eindnis. Direkt vor Ihnen. Seid Sie vorsichtig. Hier drüben. Hilft uns. Ich höre an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was ist los? Jetzt sag schon an. Ich höre an. Jetzt sag schon an. Sag gute Nacht, bist Fee. Oh mein Gott, das... Das war's für uns. Der unterm Arsch. Du gehörst jetzt mir. Danke, Mann. Ich dachte schon, mit uns fährt's aus. Ihr seid noch nicht in Sicherheit. Schon an. Ein weiterer Trupp befindet sich in der Eindnis. Direkt vor Ihnen. Seid Sie vorsichtig. Hier drüben. Hilft uns. Jetzt sag schon an. Was ist los? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre an. Was ist los? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Ich höre an. Wie ist der Plan? Du wirst gar nichts spüren. Was springt für... Oh mein Gott, das... Das war's für uns. Was gibt's denn? Zeigen wir es Ihnen. Du kannst doch... Ich höre an. Danke, Mann. Ich dachte schon, mit uns fährt's aus. Ihr seid noch nicht in Sicherheit. Klingt gut. Bringt die Sprengladung in Position. Ich hab ein echt mieses Gefühl hier. Alles bereit, Cowboy. Wenn das Ding hochgeht, sollten wir am besten schon über alle Berge sein. Was zur Hölle ist das? Verdammt. Sie lässt die Eier schlüpfen. Wir müssen sie ausschalten. Wir können die Ladung auf keinen Fall zurücklassen, solange sie hier noch rumschwirrt. Ich habe hier etwas Hilfe gebrauchen. Dreh-Party. Ich höre an. Jetzt sag schon an. Wie ist der... Was ist los? Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre an. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Ich höre an. Was ist los? Raiders. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Die Königin geht wieder zu den Eiern. Sie darf sie nicht erreichen. Haltet sie auf. Jetzt sag schon an. Ich höre. Was ist los? Klingt gut. Zeigen wir es Ihnen. Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Was gibt's denn? Du wirst gar nichts spüren. Wie ist der Plan? Raiders. Was ist los? Ich höre. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Du kannst auf mich zählen. Genau zwischen die Augen. Komm zu Papa. Ja, ja, ich... Jetzt sag schon an. Was ist los? Ich höre. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Ich höre. Was gibt's denn? Was ist los? Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Ich höre. Wie ist der Plan? Was ist los? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Ich höre. Was ist los? Klingt gut. Ich höre. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Ich höre. Wie ist der Plan? Was ist los? Jetzt sag schon an. Ich höre. Die Königin geht wieder zu den Eiern. Sie darf sie nicht erreichen. Haltet sie auf. Ich höre. Wie ist der Plan? Was ist los? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Ich höre. Gleich gibt's Feuer unterm Arm. Was gibt's denn? Raiders. Jetzt sag schon an. Ja, ja. Ich mag's ja. Wie ist der Plan? Ganz kaum noch. Was ist los? Du wirst gar nichts spüren. Ich höre. Klingt gut. Wie ist der Plan? Verdammt richtig. Einfach spitze. Was gibt's denn? Ich höre. Den treten wir mal weg. Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Tödlich. Was ist los? Raiders rocken. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Was ist los? Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Den treten wir mal weg. Was ist los? Ich höre. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre. Jetzt sag schon an. Klingt gut. Was ist los? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Wie ist der Plan? Du kannst auf mich zählen. Jetzt sag schon. Was ist los? Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Was gibt's denn? Hey du Missgeburt. Wie ist der Plan? Raiders rocken. Zeigen wir es ihnen. Jetzt sag schon an. Was ist los? Ich höre. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Was ist los? Ich höre. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Ich höre. Was ist los? Jetzt. Die Königin geht wieder zu den Eiern. Sie darf sie nicht erreichen. Haltet sie auf. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Was ist los? Jetzt sag schon an. Ich höre. Wie ist der Plan? Was ist los? Gleich gibt's Feuer unter dem Arsch. Ich höre. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Du Klasse ist los. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Raiders rocken. Wie ist der Plan? Drehparty mit der guten Eier. Wie ist der Plan? Gleich gibt's Feuer unter dem Arsch. Was gibt's denn? Klingt gut. Ich trete euch in den Hintern. Jetzt sag schon an. Raiders rocken. Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Sie zerstören die Seiswischen... Was ist los? Raiders rocken. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Wie ist der Plan? Wie ist der Plan? Ich höre. Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre. Wie ist der Plan? Ich höre. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Du kannst auf mich zählen. Ich trete euch in den Hintern. Zeigen wir sie. Was ist los? Wie ist der Plan? Sag gute Nacht, Mistfee. Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Grillparty mit der guten alten Betty. Einfach spitze. Basis wird angegriffen. Ich höre. Ich höre. Raiders rocken. Raiders rocken. Schön knusprig. Was ist los? Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Ich höre. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Raiders rocken. Die Königin geht wieder zu den Eiern. Sie darf sie nicht erreichen. Haltet sie auf. Alles. Wie ist der Plan? Was ist los, Cowboy? Was gibt's denn? Was ist los? Ist das alles? Wie ist der Plan? Klickt gut. Jetzt sag schon an. Ich höre. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Voller. Tödlich. Gleich geht's. Was ist los? Ich höre. Ich höre. Jetzt sag schon an. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Schalten wir sie. Raiders rocken. Sie zerstören die seismischen Ladungen. Wir müssen sie aufhalten. Was gibt's denn? Was ist los? Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Ich höre. Was ist los? Wie ist der Plan? Schlafenszeit. Jetzt sag schon, was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Du kannst auf mich zählen. Ich trete euch in den Hintern. Raiders rocken. Zeigen wir ihnen, was ist los? Ich höre. Klickt gut. Was gibt's denn? Die Königin geht wieder zu den Eiern. Sie darf sie nicht erreichen. Haltet sie auf. Genau zwischen die Augen. Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Du kannst auf mich zählen. Ich höre. Was ist los? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Wann immer du bereit bist. Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Was ist los? Jetzt sag schon an. Ich höre. Ich höre. Was ist los? Was gibt's denn? Ich höre. Jetzt sag schon an. Was ist los? Raiders rocken. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Klinkt gut. Ich trete euch in den Hinter. Ich höre. Wie gefällt euch das? Grillparty mit der guten alten Betty. Wie ist der Plan? Was ist los? Kein Lebenszeichen. Sie ist tot, Jim. Und das sind wir auch, wenn wir hier nicht sofort verschwinden. Junge, und wie wir hier verschwinden müssen. Der Countdown der Ladungen läuft. Unsere Betty hier wird sie so lange bei Laune halten. Ah, verdammt, die Lava steigt. Das war ja schließlich der Plan, Tykers. Und jetzt lauf schon zum Treffpunkt, Blödmann. Zeigen wir es ihnen. Jetzt. Raus hier jetzt. Rennt. Los, los, los. Sten, ich höre. Was ist los? Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Was ist los? Ich höre. Jetzt sag schon an. Grillparty mit... Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Du kannst auf mich zählen. Ich höre. Klickt gut. Raiders Rock. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Klickt gut. Jetzt sag schon an. Raiders Rock. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Einfach spitze. Verdammt richtig. Was ist los? Klickt gut. Ich höre. Was gibt's denn? Wie ist der Plan? Hey, du Missgeburt. Was ist los? Ich höre. Wie ist der Plan? Raiders Rock. Was ist los, Cowboy? Basis wird angegriffen. Ich habe einen Plan. Jeha. Es geht doch nichts darüber, mal wieder was so richtig schön in Schutt und Asche zu legen. Schaut euch an, wie die ganzen Höhlen zusammenbrechen. Nicht gerade schade drum. Wow, da haben wir eine ganze Menge von denen erledigt. Die haben jetzt sicher Angst vor uns. Äh, vor ihnen. Okay, dann lasst mal sehen, wie die Jungs sich geschlagen haben, während wir weg waren. Ja, da haben wir welche. Andere schauen. Ich habe jetzt die Jungs sicharge, die Jungs sicharge. Ja, das ist es. Nein, nein, nein. Und ich habe das. Das ist das. Ich habe das. Ich habe das. Sie verwendet. Untertitelung des ZDF, 2020